moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch eine neue geheime mission zeigen bei der ihr 25.000 ep verdienen könnt und zwar müsst ihr dafür hier hinten auf die insel leute ich zeige es euch mal auf der karte die insel ist heute neu dazu gekommen und wenn ihr dann hier auf der insel seid müsst ihr dann hierhin so wie ihr seht steht auch schon 100 holz geben ich mache mir mal eben ganz schnell 100 holz und zeige euch das dann mal so das sollte reichen einfach hingehen holz geben und schon habt ihr 25.000 ep verdient ich hoffe ich habe das video gefallen leute falls ja schreibt mir die kommentare lasst ein like da und falls noch kein abob könnt ihr das an dieser stelle ändern was gut und bis zum nächsten mal ciao